Eine Woche, bevor die eigentlich online gehen, dass die nochmal sagen, Strasstestest, nochmal. World of Tanks. Hör mal das, speichern. Dann drücken wir auf ein Stream Deck noch eine andere Taste, zack. Ich glaube, das Spiel habe ich auch auf der Base E4 sogar auf dem Rechner, wüsste ich es gar nicht, ob ich das noch habe. Ja, schade. Ich dachte, kannst du noch ein bisschen testen und noch was rausfinden, aber... Ja, aber ich... Es ist schon... Viele haben das gepostet, also wirklich... ...ne Menge. Naja, kannst du nichts machen. Starten wir das andere Spiel zum Zocken. Denn, ähm... Ja. Danke ich dir, dabei zu sein. Du, keine Ursache. Hier auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei World of Tanks. Ja. Ich schicke noch ein bisschen zu. Und ja, wir hören schon uns auf jeden Fall, entweder dann im RP oder wieder am Strasstest. Genau, genau. Bis dann. Bis dann. Jut, ciao. Dann machen wir das aus. Stress-Test-Server ist down. Oh. Dammit. I don't have started our Instant Campaign. Let's do this. Aiming two hours without any code. Engage. Engage. Create Campaign. Create Campaign. Ach, ist das schon okay? So. Campaign Created. Okay. Gucken wir noch mal kurz, was die FPS sagen. Haben wir auf 60 gestellt. Super. Ähm. Losen wir noch einen Coin-Buff. Alle, die nicht wissen, was das ist. TETA TV. Ich strebe da auch. So. Fangen wir in eine Runde. Jupp. Afterburner heißt das. Warte, ich schreibe es dir hin. Okay. So heißt das Programm. Du siehst ja, der limitiert hier in World of Tanks auch auf 60 FPS. Weil, was soll ich mehr FPS anzeigen lassen, wenn der Streamlo 60 rausschießt, ne? Amilka 1000 GG. Sehr, ihr Coin-Buff. Time to roll out. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, next Ich war abgelenkt. Soll ich jetzt als Ausrede nehmen? Oh wait, wir können ja noch ein paar Booster aktivieren. Beding 300% Besatzungserfahrung und das hier auch noch. Soll ich jetzt noch ein paar Booster aktivieren? Sadly, Zeta changed the way you cannot sell your skin packs anymore, I think. Time to roll out. Check into GG. Boom. Hey, wake up. Amilka 1000, thanks for the follow. Hello. Welcome. Boom. 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 nur espanol, sorry, german damn it that was close that was close critical hit what a nice team what a nice team that was close that was close that was close critical hit critical hit what you are doing guys critical hit critical hit we're done for everyone get out we're done for 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 1700 damage i was not useless we're done for we're done for we're done for we're done for okay we may win this game we're done for 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 they're done for we're done for we're done for we're done for Untertitelung des ZDF, 2020 One second Zula, willkommen One second I must drive in a safe position Check-in to GG Supply Drop Coins There And another 500 One second See One 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 Three Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 GG, Enter Crate GG, 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 GG wheelchair És e 어우 GG, GG. Das war's. ... ... ... direkt gg Eeeh! Und noch ein Krait! wir verlieren das bestimmt wenn man mal so schaut die gegner haben schon viel mehr kills auf der uhr bei uns ist nur die arti die restlichen leute haben überhaupt keine erfahrung hier ist der nächste der stirbt naja er ist der übernächste zu schießen sogar die artillerie ja ich sag ja wir verlieren hat das ist denn der nächste jetzt sind hier noch zwei artilleries übrig wir haben noch eine chance aber ich glaube nicht ich glaube nicht was das für musik ausweck können noch eine johle runde machen hier mit dem klären sie drei fahrzeuge auf haben wir nämlich schon auf der liste das war das hier eigentlich was ich verlost habe eine krate ok pg eric und da ist eine krate mal gucken vielleicht können wir hier drei leute aufklären auf 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 Okay. Quick Match That's the Mission Sport 3 Enemies banano spartan willkommen grüß dich grüß dich so alles gut bei mir wie geht es dir auch alles gut bei dir da hat er gewonnen gg 500 coins sind dein dame schön Oh, das ist gut. Reload, come on, Reload. Viele teure Hobbies. No. No. Das war's für heute. noch mal 500 koin gg gitarre umbauen ja gitarre kann teurer spaß sein gitarre Nein! Genau, ich sollte hier mal wegfahren. Gute Idee, Leute. Mensch, die fallen ja wie die Fliegen hier. Gute Idee, Leute. Gute Idee, Leute. Gute Idee, Leute. Gute Idee, Leute. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Doch, er kann auch Deutsch reden. Oh, hat er angetäuscht. Der Herr Heil, der kann besser Deutsch als ich Englisch. Der Herr Heil, der Herr Heil. Der Herr Heil, der Herr Heil, der Herr Heil. Der Herr Heil, der Herr Heil. Incent hat eine neue Oberfläche, genau. Mit diesem Schrägstrich Incent kannst du auch den Link posten. Ich muss gerade mal meine Fenster noch ein bisschen zurechtrücken hier. Das ist hier keine Lüftung rein? Nein, das liegt gar nicht. Okay. 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 Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. EREK GG, gib mir einen Sekunden. Wir fahren in eine selben Position. EREK, gib mir einen Kraten. Und 500 Coins. Go, go, go! EREK, gib mir einen Kraten. 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 Das war's. 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 gg I have one kill haha Now I can die peacefully Track it Everyone get out What we have left 4 crates 5 times coins Another crate 4 times coins 5 times coins 6 times coins 5 times coins 1 times coins 3 times coins 3 times coins Jdmp GG Great Great! Sehr, you're great! GG! 10k Credits! Minus! Damn! Coins! Go, go, go! 3 coins! GG! And another one! Nobles until 80! 1 to 80! Mohammed 3 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Let's look at the points. JDM, congrats, there are your coins. And another crate. What the fuck? Ist klar. Was ist denn das für ein Panzer? Du kommst hier nirgendwo durch. T4400 ist bestimmt ein Premium Tank, for real money. I bet this is a Premium Tank, for real money. So much armor, you cannot penetrate him. Pay to win, GG for gaming. Oh, great. ADM, what's a crate, GG. And 500 coins. Next win. Okay. Okay. Time to roll out. Amilcar, GG, one second. Let me aim. There are your coins, let me look. God, I don't have my badge. So, you get a badge too. No, no. Follow me. You can trust me. Follow. Go ahead, bye. Bye! Thank you. Bye-bye. Bye, bye. Bye. Oops! Wait, wait, wait! Stop! No! One second. GG. There you're great. And 500 coins. Go, go, go! JDM, guess it right. GG. That was close. That was close. That was close. That was close. Let me look what we have left. One crate and one coins. That was close. 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 Der letzte Kratz GG Und die letzte Kratz Eheh Ein Ding Eheh 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 Jaaaay, Victory, JDM, GG A lot of coins. Was haben wir sonst noch, Remotes? Was ist das? And GDM gets the last emote, what I have. So. Oh. And GDM. 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 Critical hit! noch mal dankeschön für dein read und gedanke danke und willkommen radars so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt kann ich nicht aufgehen, das wäre nicht schön Wirklich, ich habe gerade meine letzte Sache veröffelt, die ich habe aus meinem Supply Drop Und wollte wirklich gerade, ja, aber kein Problem, ich mache noch ein bisschen länger Das wäre ja vergebende Liebesmühe, wenn du mich hier redest und ich gehe danach auf, das macht man nicht Nee Aber trotzdem nochmal, danke, danke Das ist ja nicht normal oder nicht zu erwarten, dass jemand einredet Da muss man noch dran denken, ich mache das eigentlich auch immer Und siehst du, ich spiele World of Tanks Das ist eher so eine Hassliebe Manchmal finde ich es gut, manchmal schlecht Je nachdem Jeder Team auch mitmacht und so Manchmal ist man selber dran schuld, dass man schlecht ist Aber manchmal kannst du so viel Schaden machen, wie du willst, das bringt nichts Ja, wird da noch ein Sieg Könnte sein Ja, gewonnen Hanji, wenn du noch da bist, kannst du mir sagen, wie viele Emotes so ein Affiliate hochladen kann Wie viele Slots du da hast Weißt du das? Kannst du mal nachschauen, bitte Würde mich echt interessieren Bei vielen Affiliates, die haben ja da, weiß ich, fünf oder sechs Emotes, glaube ich Und da verteilen sie die und meißen die dann weg und machen eine neue Und jeder, der die gekriegt hat in der Zeit, der hat das Glück gehabt Weißt du das? Oder haben die so viele Slots, dass die einfach fünf Stück machen können? Da bin ich ja doch schon ein bisschen neidisch Let's get this show on the road Let's get this show on the road Let's get this show on the road Was hat dieser Lügel? Ich glaub ne. Oh ja, KV-2. Hallo. Stay there, yes. Reload. Nooo. Dammit. Oops, 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 oops. I think we lose. I think we lose. Will ich dem noch irgendwie helfen? Nicht wirklich. Ich. Das war knapp. Das war knapp. Ich. Thiessen. Was ist nicht ein, der. Oh nein. Halt, ich bin. Das ist okay. Ah, ich bin. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Bis jetzt. Das ist zu dem. Das war's für heute. Shoot him! Kill him! Damn it! Kill him! That was close! That was close! Got him! Kill him! Oh, hello! Tiga! 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 We lose, damn it. Thanks for posting the code. Okay, one last match. One last match. And look. Ali is Hello Streamer on Wednesday. We'll be right back. Time to roll out. The moment when the light doesn't know where his place is. Enemy armor is destroyed. Damn it. We'll be right back. 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 Seven versus two. Totally great. No zee one this one one shit Okay. ja Sven-Ling Thanks for being here. Gute Nacht This was a match. Yeah. Gewonnen. Victory. Okay Das war's. War's my last match for today. We close the predictions and swear yes. Nobody has donated 20 T-Fuel or more. And hello. Check out the grand giveaway. Yes and hello. Good luck everyone in the raffle. GG GG GG. Congratulations all the winners. Thanks for watching. Thanks for the follows. Thanks for being here. The stream is ending but please stay. I wait somebody. The stream is ending. You will see. motions Untertitelung. BR 2018